...Danek aus Oberwenningen. Er hat drei Minuten, sehen wir, aber die Zeit ist eigentlich nicht so das Problem. Ja. Das ist Felix, kurz, sitzt genau unter dem Fuß, mein Lieber. Oh oh. Nein, 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 nein. Noch um 90 Grad. Hat er schon. Ja, ja. Nein, nein, rum ist er noch nicht. Nein, nein, rum ist er noch nicht. Oh, krass. Oh. Also, der Wald ist ... Milan, noch eine gute Minute. Nicht hetzen. Und mich nicht verpuppeln. Jetzt, jetzt hängt er ja richtig drin. Also, jetzt gibt's kein Vor- und kein Zurück mehr. Er muss in der Fahrpflichtung stehen, na ja. Er muss ... Heilig scheint es nicht zu haben. Ja, na ja, klar. Der verkauft nebenbei noch Heizdecken. Ein Überhang. Ein Überhang. Ein Überhang. Ich nicht. Hier nicht. Aber eher hoffentlich. So. 20 Sekunden, Milan. Zehn Sekunden. Einmal, einmal darf er noch. Einmal darf er noch. Und ... äh ... Ja, okay, also ... Uh. Oh Gott, ja, 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 ja. Vielen Dank.